Der Trainer, Faisal, ist ein wirklich cooler Mann und ich lerne wirklich gute Dinge über Voiceboot. Das ist etwas in Italienisch. Ciao, ich bin Giuseppe Vito, ich bin exklusiv in Dubai. Ich bin jetzt in Deutschland. Ich bin jetzt in Deutschland. Hallo Leute, ich bin es Vito. Ich bin hier gerade in Dubai. Ich habe hier einen schönen, sieht aus wie ein Scheich. Ich habe den Voiceboot-Camp-Kurs in Dubai besucht bei Faisal Khan. Und das war richtig cool. Ich denke, ich bin nicht so cool.